Sub you, sub me, Soßen. Ja, diese vier Soßen erwarten euch in ausgewählten Supermärkten in Deutschland und erinnern stark an Subway. Ich kann euch aber schon mal sagen, die haben eigentlich gar nichts mit Subway zu tun, denn hier hat sich ein Hersteller ordentlich an Farben und Design bedient. Ob die aber wirklich so lecker sind, werden wir herausfinden, denn ich habe bei Subway mir die Originalsoßen besorgt für einen direkten Vergleich. Willkommen bei der Food Show. Ja, im Vorsprung habt ihr sie gesehen. Sub you, Sub me, Soßen, die nicht original von Subway sind. Das habe ich euch ja schon gesagt. Ja, es ist wirklich so. Die sind nicht original von Subway. Sie sehen zwar so aus wie die von Subway und es haben auch ganz viele Leute immer geschrieben, kannst du mal die Subway Soßen testen? Wo kann ich die Subway Soßen kaufen? Ich muss den Leuten immer sagen, es gibt keine Subway Soßen. Die gibt es nicht überall zu kaufen. Ich habe sie jetzt auch in einer langen Suche mal bekommen. Ich habe sie bei Edeka gekauft. In Edeka im Bad Satufe, der hatte noch alle vier Sorten, denn die verschwinden schon wieder aus den Supermärkten, denn ich glaube, Subway ist gegen vorgegangen. Denn man kriegt nur eine Restbestände und auch die Website dafür ist offline von einem Hersteller. Die gibt es nicht mehr, die Website. Also die Landingpage und die Produkte sind nicht mehr auf der Website von dem Hersteller. Falls ihr das bei Google noch eingebt und sucht, geht bitte nicht auf diesen Link, der euch angezeigt wird dort. Da werdet ihr auf irgendeine Seite geleitet, da blendet euch so ein Roboter was ein und sagt, ihr müsst oben eine Berechtigung freigeben, damit es weitergeht. Bitte nicht machen, wenn ihr das macht, müsst ihr eurer Virenscanner sofort Alarm schlagen auf dem Rechner, wenn ihr einen habt. Meiner hat sofort alle Kanonen hochgezogen und sofort die Website blockiert. Aber die Website ist offline. Ich habe mal geschaut, aber wie gesagt, auf der Website ist nichts mehr drauf. Ja, der Hersteller selber kommt aus Österreich, hat das Design kopiert. Ihr kennt ihn vielleicht, er macht nämlich diese Soßen hier auch, die es bei Edeka gibt. Die kommen von ihm. Und die Subway-Soßen gibt es rein theoretisch offiziell, aber nur in Amerika, in solchen großen Flaschen. Da ist es wirklich ein offizielles Lizenzprodukt. Hier in Deutschland ist es kein offizielles Produkt. Um das aber gleich für euch zu testen, war ich bei Subway und habe mir die Soßen abfüllen lassen. Die kosten 50 Cent, wenn ihr so eine Soße euch abfüllen lasst. Ich habe mir also hier für 2 Euro die Soßen geholt, damit wir einen direkten Geschmacksvergleich machen können. Ja, und diese Soßen habe ich im Edeka gekauft, im Bad Salzofeln, für 2,99 Euro, die 300 ml Flasche. Und die gibt es in den beliebten Sorten, wo wir direkt mal drauf gucken. Wir haben hier einmal die vegane Aioli. Das ist eine spanische Knoblauchsoße auf Sonnenblumenöl-Basis mit Wasser, Zucker, Knoblauch. Das ist auch mit 5% enthalten, Kichererbsenprotein, ein bisschen zum Verdicken, Zitronensaft, ein bisschen Aroma. Ja, der Rest ist okay, das ist für so eine Soße normal. Genau, dieses Hola Manolo, so hieß die Firma, so war das aus Österreich. 610 Kalorien auf 100 Gramm, 8,1 Gramm sind Zucker, 300 ml oder 300 Gramm hat so eine Flasche. Dann haben wir hier die Sweet Onion. Die Sweet Onion ist eine Wasserzucker-Basamico-Soße mit auch Zwiebelpulver enthalten, aber auch Apfelsaftkonzentrat, Aromen, Sonnenblumenöl. Ja, das ist alles legitim. 156 Kalorien, 32 Gramm davon sind Zucker. Schauen wir einmal auf die Chipotle Southwest, eine sehr beliebte scharfe Soße. Haben wir ja vor kurzem noch erst ein Sub mitgetestet. Mit Sonnenblumenöl, Wasser, Zucker, pasteurisierten Eigelb, Speisesalz, Säuerungsmitteln, modifizierte Stärke, Zwiebelpulver, Chipotle, Chili ist ja auch wirklich drin mit 0,4%, aber auch Aroma, aber weißer Nessig, Rauch, wird schon passen. 427 Kalorien, 4,8 Gramm Zucker und Honey Mastet. Die süße Honigsoße, die, wo haben wir sie? Ach ja, und Senf, klar. Mit Wasser, Honig, Sonnenblumenöl, Senfkörner, das ist eigentlich alles drin, was man so braucht für die Soße. 215 Kalorien und 21 Gramm davon sind Zucker. Und hier sind sie jetzt, die Soßen. Ja, hier, die ist mir direkt kaputt gegangen, die Aioli. Die ist mir direkt gebrochen, aber naja, das ist die vegane Aioli. So schaut sie aus. Ja, einfach nur eine helle Creme, könnte auch eine Mayo einfach nur sein, was ja bei Mayo manchmal auch einfach so ist. Mayo ist manchmal, ja, einfach nur mit Knoblauch gemischt und dann habt ihr eine Aioli. So machen es viele Hersteller. Dann haben wir hier die Honey Mastet. Die ist wirklich sehr, sehr flüssig, muss ich sagen. Also es ist wirklich eine sehr flüssige Variante. Aber so schaut sie halt aus. Hier haben wir die Chipotle Southwest. Ja, cremig, hat ungefähr die Organsistenz, so wie man sie kennt und auch die Optik. Und als letztes haben wir dann die Sweet Onion. Die ist wirklich komplett flüssig. Also die ist, ja, ich weiß nicht. Also das ist wirklich nur so ein Klecks Wasser. Also so habe ich die nicht in Erinnerung. Und ich habe ja die Originalsoßen für euch ja hier. Das habe ich euch ja gesagt. Und ich zeige euch jetzt mal die vegane Aioli. Das ist die vegane Aioli von Subway. Ja, man sieht also, richtig cremig. Dann aber überall noch diese kleinen schwarzen Stücke drin, Kräuter mit drin. Haben wir bei dieser Variante wirklich gar nicht. Also ist gar nicht vorhanden. Was ich sehr, sehr schade finde. Dann haben wir hier die Honigsoße. Also das ist die Honigsenfsoße. Und die sehen im ersten Moment leicht identisch aus. Aber hier ist es halt eine cremige Soße und hier ist es halt eine flüssige Soße. Und man sieht doch kleine Farbunterschiede. Bei der Chipotle Southwest, Moment, sieht es dann so aus. Das Original ist wirklich cremig, aber geht ungefähr in die Richtung. Ich glaube aber im Original sind mehr Kräuter drin. Und als letztes haben wir dann noch die Sweet Onion Soße. Und da ist der Unterschied wirklich am größten, wenn wir uns den anschauen. Also das ist wirklich ein großer Unterschied. Hier viel, viel dunkler. Auch nicht ganz zu dick, aber ein bisschen dicker. Aber die ist wirklich im Verhältnis viel, viel flüssiger. Also gerade schon beim Rausgießen, die ist eigentlich gefühlt gehabt wie im Wasser gewesen. Also probieren wir uns jetzt mal durch diese Soßen. Wir fangen erst mal mit den Soßen an, die geliefert wurden. Und bevor ich mich jetzt auf Original fixiere, denn vielleicht schmeckt das ja auch so, weil der Deckel kaputt ist. Ist wirklich einmal ganz kurz runtergefallen, ist mir aus der Hand gerutscht und sofort war der Deckel in tausend Teile gesprungen. Probieren wir das jetzt mal. Ich habe das jetzt gerade auf diesen schönen Löffel, die benutze ich aber gleich nochmal für ein Foto. So, die Aioli, wie gesagt, ist hier wirklich ohne Stücke, das habt ihr ja vorhin schon gesehen. Sie hat aber einen ordentlichen Knoblauchgeruch, ist ja auch Knoblauch drin, wir probieren mal. Ja, Knoblauch hat sie, eine gewisse Süße, aber nicht so geil finde ich. Persönlich muss ich sagen, ich finde sie hat so eine, ja sie ist natürlich fettig, aber ich finde es schön, wenn Soßen, obwohl sie Fett haben, nicht so fettig schmecken. Was ist denn jetzt hier im Schrank umgefallen? Naja, finde ich okay, würde ich mir aber nicht wieder kaufen, das Soße. Also jetzt so auf den ersten Geschmack direkt, das ist so eine Soße, das ist okay, brauche ich aber nicht. Probieren wir jetzt mal die vegane Aioli von Subway direkt. Die riecht komplett anders, hat nicht diesen Aioli-Geruch, muss ich sagen, oder Knoblauchgeruch. Das ist eine komplett andere Soße. Du hast Süße und Säure. Knoblauch kommt jetzt erst zum Abgang, gar nicht so präsent ist am Anfang. Du hast auch Stückchen mit drin. Du schmeckst Kräuter, du schmeckst wirklich dieses süße Säure-Spiel. Und dann kommt diese Knoblauchnot im Abgang. Und sie hat dieses schöne Fettige, was gerade die eine nicht hatte. Die Aioli hier. Nehmen wir nochmal einen Müll auf den Löffel. Gibt es her. Es ist eine Knoblauch-Mayo, würde ich hier eher sagen. Aber eine sehr, sehr fettige. Und hier hast du dieses cremige, was ich gerade meine. Du hast diesen cremigen Effekt bei deinem Original. Aber die würde ich mir nicht wiederholen. Also das schmeckt, muss ich leider sagen, wie eine vegane Aioli. Das schmeckt wie eine vegane Aioli. Ich habe so etwas Ähnliches von Penny hier. Hatte ich mir mal geholt. Schmeckt, finde ich nämlich auch nicht so geil. Wenn ich mal in irgendeinen Kartoffelsalat oder so verwursten, werde ich mir der hier auch machen. Geschmacklich, wie rum muss ich sie halten? So rum, ne? Ja. Das ist so zwei von fünf maximal. Also es ist eine okaye Soße. Hat aber auch nichts mit der Subway-Soße zu. Nicht ansatzweise. Ist das irgendwie geschmacklich da dran, wie es schmecken soll. Probieren wir jetzt die Honey Mustard hatten wir als nächstes, ne? Also die Honig. Variante. Wir machen jetzt auch den gleichen Löffel. Ich habe ja hier noch ein Tuch liegen. Kann ich auch einen kurzen Löffel abwischen. Ist ja mein Löffel, darum ist es egal. Wie gesagt, die ist sehr, sehr flüssig im Verhältnis. Das seht ihr jetzt hier schon beim Rauslaufen. Also das ist wirklich nicht von mir so geschrieben oder so. Oder gesagt, dass die extrem flüssig ist. Die ist wirklich flüssig im Verhältnis. Riecht auf jeden Fall nach Honig. Ganz leicht. Also Honig hat wirklich einen teils einen Geruch. Also ich liebe Honig. Wir haben hier super viel Honig da. Senf riechst du auch. Es riecht ein bisschen wie ein Honig-Senf-Dressing, muss ich sagen. Oh, ist aber wirklich sehr, sehr flüssig. Die ist komplett wie Wasser auf der Zunge. Auch leicht gebunden. Schmeckt nicht schlecht. Schmeckt aber 100% nicht wie die Honig-Senf. Die habe ich anders in Erinnerung. Von Subway. Wenn ich jetzt die hier nehme, ihr habt ja gerade die Konsistenz gesehen. Denn die ist zwar auch flüssig, aber die ist cremig-flüssig. Die eine war gerade komplett flüssig. Ja. Cremig. Schön sämpfig. Leichte Süße. Und bei der von Zapfe ist es wirklich mehr Dressing. Ja. Und Essig. Also Sub-Me, Sub-Yu, Honig-Senf. Schmeckt auch nicht ansatzweise so. Also. Es schmeckt wirklich eher wie ein Salat-Dressing, würde ich hier eher sagen. Es ist eher so ein Honig-Senf-Salat-Dressing. Werde ich benutzen für ein Salat-Dressing. Aber das hier ist wirklich eine Honig-Senf-Soße. Cremig. So wie ich es da auch gerne zu sauren Eiern, Senfeier, so wie ihr das nennen wollt, essen würde. Das ist eine richtig schöne, cremige Soße, wie es sein muss. Der würde ich jetzt punktemäßig so zweieinhalb geben. Ist okay. Aber nicht das, was es sein soll. Es ist wirklich eher ein Dressing, statt mal Soße. Probieren wir jetzt erst die Honey Sweet Onion. Sicherheitshalber. Da ich Angst habe, dass die Southwest mit dem Mund komplett wegbrennt. Das hatte ich ja beim letzten Test schon gemerkt. Ihr seht jetzt auch einmal die Konsistenz. Die sind alle geschüttelt, auch die Soßen. Nicht, dass einer sagt, ich muss sie schütteln. Aber ihr seht auch hier dieses sehr flüssige Dressing, was hier rauskommt. Also es ist wirklich sehr, sehr flüssig. Riecht nach Honig. Äh, Honig. Riecht nach... Ich habe immer noch das Honig-Senf-Dressing. Den Kopf riecht nach Zwiebeln. Aber auch sehr, sehr Essig-lastig. Ja, eine sehr, sehr starke Essig-Note im Abgang. Habe ich nichts dagegen. Kann einigen zu viel sein. Ich liebe ja Balsamico-Essig und so. Ich nehme das eh privat sehr viel. Aber auch, das ist auch eher ein Salat-Dressing, meiner Meinung. Probieren wir mal das Original. Zeige ich euch auch nochmal von der Konsistenz. Ihr habt es ja gerade gesehen. Und ihr seht ja, was ich meine. Die fließt halt. Die ist halt auch flüssiger natürlich. Aber die fließt halt richtig, weil es halt ein bisschen cremiger ist. Und das andere ist eher mehr wässrig. Schauen wir mal, was die kann. Ach, schmeckt auch komplett an. Also, ich weiß nicht, warum man es versucht hat, in dieses Design anzulehnen. Schmeckt null wie die Hauptsoßen. Auch hier cremiger. Vielleicht ein bisschen zu cremig. Hast aber die Süße von der Zwiebel da, ohne diese Essignote. Hier hast du eine extreme Essignote mit bei. Also auch hier ist es maximal eine 2 von 5. Also mehr würde ich ja auch nicht geben. Das ist auch eher ein Salat-Dressing für mich. Das hat nichts mit der Subway-Soße zu tun. Und was haben wir jetzt noch? Southwest. Der Löffel ist noch sauber, war ja zu flüssig. Da ist was nichts drauf. Schauen wir mal, was die scharfe Soße kann. Da machen wir jetzt nicht zu viel von drauf. Da kommst du raus. Die ist wieder cremig. Also die ist wie diese Ioni auf dieser Mayo-Basis oder Sonnenblumenöl-Ei-Basis, was Richtung Mayo geht. Weiß ich jetzt schon, dass es nicht so schmeckt, weil ich habe sie ja vor kurzem probiert. Ich finde sie sehr mild. Persönlich. Es kommt jetzt ein bisschen schärf nach. Auch hier wieder so eine Essig-Note. Ist hier überall Essig drin oder so. Was ist denn hier drin, was gerade so komisch schmeckt? Das Säuerungsmittel könnte so sein. Du hast so eine saure Note wie von Essig, gerade auf der Zunge. Und wenn wir jetzt das Original dagegen probieren, ja, die riecht schon mal anders. Auch wieder anders. Cremig, süß, du schmeckst leicht Kräuter. Jetzt entwickelt sich direkt die Schärfe im Rachen. Da hat so eine gewisse Süße mit drin. Ohne diese Essig-Säure-Note verdammte Axt zu haben, hat auch nichts damit zu tun. Also das ist von allen die schlechteste, muss ich sagen. Also wirklich, das ist von allen die schlechteste Sorte. Also der würde ich nur 1 von 5 geben, wirklich. Also die finde ich wirklich am allerschlechtesten. Am besten ist wirklich die Honey Mustard, die man so aus Dressing benutzen kann. Also diese Art Dressing-Variante, aber mit diesen Subway-Soßen an sich, haben die nichts zu tun. Och, das wird damit auch wieder scharf im Mund. Schade. Also finde ich schade. Also wenn man das schon in diese Richtung macht, hätte man sich vielleicht wirklich mehr am Original orientieren müssen. Das hätte man ja besser geschmacklich abstimmen können. Aber so sind es angelehnte Soßen, die optisch so aussehen, die den Namen fast so ähnlich tragen, aber die geschmacklich nicht ansatzweise. an die Original-Soßen rankommen. Also die schmecken weitaus besser. Rennt nicht unbedingt los und versucht die noch irgendwie zu finden. Ihr verpasst nichts, wenn ihr sie kauft. Es sind Soßen, da gibt es aber weitaus, finde ich, bessere im Supermarkt schon als diese. Die gehen ungefähr in die Richtung, aber die Originale sind weitaus besser und ihr könnt sie bei Subway auch kaufen, wenn ihr wollt. Also, danke fürs Food-Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.